Bevor wir zum Sinus und Kosinus am Einheitskreis kommen, noch mal ganz kurz die Wiederholung. Wir haben ein rechtwinkeliges Dreieck. Die Seite gegenüber vom rechten Winkel heißt Hypotenuse. Und die anderen beiden Seiten, das sind die Katheten. Wenn noch ein weiterer Winkel eingezeichnet ist, ich nenne ihn mal Alpha, dann wäre das hier die Ankathete von Alpha und das die Gegenkathete von Alpha. Gegenkathete gegenüber, Ankathete an diesem Winkel. Dann noch die Eselsbrücke, welches dieser Wörter schreibt man mit TH, welches ohne. In jedem Wort kommt ein H vor. In der Hypotenuse ist das H ganz vorne, deswegen gibt es hier kein H mehr. Bei den Katheten ist kein H, deswegen muss das H beim TH sein. Also in jedem Wort ein H, dann machst du es immer richtig. Jetzt gab es Sinus, Kosinus und Tangens. Also Sinus von Alpha, Kosinus von Alpha und den Tangens von Alpha. Das Ganze waren immer Brüche. Und auch hier gibt es eine super Eselsbrücke, wenn man nicht mehr weiß, was durch was der Sinus war. Denkt man an die Gaga-Hühnerhof-AG. Also hier wieder mal meine berühmte Skizze von dem verrückten Huhn. Und du schreibst dir auf Gaga, G-A-G-A, Hühnerhof-AG, H-H-A-G. Und dann steht hier Sinus, Kosinus und Tangens. Sinus ist Gegenkathete durch Hypotenuse, Kosinus Ankathete durch Hypotenuse und Tangens Gegenkathete durch Ankathete. Die letzten beiden Buchstaben brauchen wir hier nicht. Diese Definition ergibt jetzt aber nur bis zu einem Winkel von Alpha kleiner als 90 Grad Sinn. Weil du kannst dir vorstellen, hier ist ein rechter Winkel. Wenn jetzt Alpha auch 90 Grad wäre, dann wäre das Ganze kein Dreieck mehr. Um diese Definition für größere Winkel zu erweitern, gibt es jetzt den Einheitskreis. Bei dem Einheitskreis zeichnest du ein Koordinatensystem und nimmst eine recht große Skalierung. Und in dieses Koordinatensystem zeichnest du einen Kreis mit dem Mittelpunkt im Ursprung und dem Radius 1. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wir nehmen jetzt mal irgendeinen Punkt auf diesem Kreis. Ich nehme mal den hier. Ich nenne den Punkt P. Dieser Punkt hat zwei Koordinaten. Und zwar hier die x-Koordinate. Wir wollen das für ganz beliebige Punkte machen. Deswegen schreibe ich hier einfach mal ein u hin. Also hat er die Koordinate u. Und die y-Koordinate nennen wir hier v. Wäre hier. Also hat der Punkt die Koordinaten u' v. Wenn du jetzt vom Mittelpunkt dieses Kreises zu diesem Punkt auf dem Kreis eine Strecke einzeichnest, dann hat diese Strecke die Länge 1, weil der Radius dieses Kreises ja 1 ist. Das heißt, hier siehst du ein rechtwinkliges Dreieck. Der rechte Winkel wäre hier. Und in diesem Dreieck schauen wir uns jetzt nochmal Sinus und Kosinus etwas genauer an. Diesen Winkel hier nennen wir Alpha. Und der Sinus von Alpha wäre ja Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete wäre diese blaue Strecke hier. Die hat die Länge v. Also Gegenkathete ist v. Hypotenuse hat die Länge 1. Also kannst du schreiben v durch 1. Und v durch 1 ist das gleiche wie v. Das heißt, die Länge dieser blauen Strecke hier ist gerade der Sinus von Alpha. Weil v auch hier auftaucht, ist eben dieses v der Sinus von Alpha, wie wir gerade berechnet haben. Schauen wir uns den Kosinus von Alpha an. Kosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Die Ankathete von Alpha wäre diese Strecke. Ich mache sie mal grün. Und diese Strecke hat eben die Länge u. Also haben wir hier u durch 1. 1 ist ja die Hypotenuse. Und das ist gleich u. Das heißt, diese grüne Strecke hier hat die Länge Kosinus von Alpha. Und hier in der Koordinate dieses Punktes, das u ist der Kosinus von Alpha. Jetzt war hier Alpha kleiner als 90 Grad. Wir haben ja gesagt, wir wollen das auf größere Winkel erweitern. Und dazu stellst du dir vor, dass dieser orange Zeiger hier gegen den Uhrzeigersinn im Kreis läuft. Und was passiert mit dem Sinus von Alpha? Das ist ja die blaue Strecke. Der orange Zeiger bewegt sich hier nach links. Das heißt, die blaue Strecke wird immer größer, größer, größer. Bis der Zeiger hier auf 90 Grad steht, dann hat der Sinus von Alpha die Länge 1. Versuchst dir einmal im Kopf vorzustellen, wie das aussieht, wenn sich dieser Zeiger bewegt. Und wenn du es dir jetzt vorgestellt hast, zeige ich es dir auch einmal noch. Und zwar gibt es hier auf geogebra.org von Michael Langer solch einen Einheitskreis. Und hier können wir uns den Sinus mal rot anzeigen lassen. Für einen Winkel von 34,29 Grad sehen wir hier eben den Wert des Sinus. Und wenn wir diesen Punkt jetzt bewegen, siehst du, dass der Sinus immer größer wird. Bis hier zu einem Winkel von 90 Grad. Dann wäre der Sinus, oder hätte der Sinus eine Länge von 1. Danach wird es wieder kleiner. Und wenn wir hier über 180, also auf 180 Grad, wäre der Sinus von 180 Grad, wäre 0. Hier gehen wir dann in den negativen Bereich, das heißt, der Sinus wird auch wieder größer. Wir machen aber ein Minus davor, das heißt, der Sinus von 270 Grad hätte die Länge minus 1. Und hier wird es dann wieder kleiner, bis zu 360 Grad. Sinus von 360 Grad ist 0 und das Ganze geht von vorne los. Das gleiche kannst du dir mit dem Kosinus überlegen. Der Kosinus ist diese grüne Strecke hier unten. Also der Kosinus von, sagen wir mal, 0 Grad ist 1. Der Kosinus von 90 Grad hier ist 0. Dann der Kosinus von 180 Grad ist minus 1. Der Kosinus von 270 Grad ist wieder 0. Und der Kosinus von 360 Grad ist wieder 1. Und der Kosinus von 360 Grad ist wieder 1.